Hallo Leute, ihr werdet es kaum glauben, ne? Ich will hier gerade Videos machen für euch und wer kommt im Weg? Ich ruf ihn mal kurz. Da. Ja, mein Hund. Obwohl er oben eingesperrt war, ist er trotzdem rausgekommen, während ich hier Videos von meiner X7 mache. Ja, tolles Bild. Komm her. Ja, der ist auch sehr painful begeistert. Der kleine Franz. Komm her. Hier. Guck her. Hier. Nino, hier. Ja, der ist auch in einem Video voll durchgelaufen, der kleine, falls ihr es gesehen habt. Ja, der ist schon nachts und der hört draußen Geräusche, deswegen bildet er. Okay Leute, das wollte ich euch nur mal zeigen. Also nicht wundern, warum da ein Hund ab und zu mal im Video rumrennt. Also macht's gut.